so willkommen bei ducktales wo part 2 und wir waren hier stehen geblieben bei der himalaya star geht es weiter so mit diesen dreckstüchern ich will euch jetzt mal was ist das für viele eigentlich gibt einfach her wissen wir brauchen das geld natürlich wissen geldgeil wir brauchen alles wir wollen die rechte ente das war scheiße mit denen hier springen und die ist eine scheiße was sind das für zirka drehen ziehen alle harten sie gibt ja das geld hier ich muss glaube ich nach spiel ist ein schatz gibt es was ich habe diese vier jahre diese ziege alle diesen dreckig vorjahr kommt noch eine angeflogen so hat die fliege wie weit fliegt was sind aus dem penis und verpiss ich ohne ich will ich jetzt wohl gar nicht gesehen da ist die in der bucherswelt in der einst blieb hält mir mal das ist blöd wir können dass sie gar nicht mehr benutzen glaube ich will wir machen mal das okay du sagst mir gut ein show your secret treasure dann kann man auch geil danke mein freund wir weiter gleich wie kommt man da überhaupt hin keine ahnung keine ahnung meine freunde haben wenigstens gesaved da kann man ja nach rechts gehen diesmal wir haben alles bisher gefunden glaube ich mal wir haben 212.000 ist es genug das ist echt genug das sieht auch gut aus und du bist ein scheiß nigger wir haben auch das secret treasure noch das heißt ja das zählt eigentlich das muss eigentlich noch zählen und so hier ist was da kann man gar nicht hin so du spinne komm her wo die kommt immer wenn ich wenn ich jetzt will wenn ich jetzt kommen will wo ist das eine dritte spinne und da geht es nach oben so okay ich glaube hier ist auch gleich den boss weil er kommt immer vorm endboss habe ich so das gefühl und da ist glaube ich schon der boss der hat du scheiß spinne alter spinne boah ich hasse dich du scheiß spinne kommst du jetzt noch mal oder du dich so das ist das ist die rotz stelle doch die hast dich am ja es dich eh schon am meisten so hier geht's weiter was hast du dich jetzt die sehen aus wie mal trick trick und truck als massenmörder das kann doch nicht machen ja wo teufel schießt doch noch mal ins gesicht was was im teufel da mache jetzt ist mein 16 kriegt euch wenn ich von ganz von vorn anfang wieder wo das ist das ist blöd blöd gemacht ist auch noch für euch erträglicher da muss ich mir auch nicht die arbeit machen jetzt wieder hier hin zu spielen was jetzt nicht schlimm ist aber ich mag sowas überhaupt nicht allgemein mag ich sowas nicht das hat nichts damit zu tun ich spiele spaß ich weiß aber ich will auch fortschritt haben das ist normal und da kommt der nigger ich glaube ich muss da schnell nachkommen lassen wir uns einfach mal treffen ich habe überhaupt keine ahnung wenn man es sonst macht so warten wir mal geht ja gar nicht weg wo ist das eine scheiß ding das ist ein scheiß ding wo ich hoffe dieses scheiß ding also das ist ein dreckiges teil alter was passiert eigentlich wenn wir überhaupt links gehen das passiert echt wenn man links gehen eigentlich im ernst das passiert eigentlich echt links das weiß ich gar nicht mehr oben das ziel ist wieder mal bleib ich war eigentlich gar nicht mehr so weit ich habe die spiele ich gar nicht nie durchgespielt weil ich hier einfach nur gefällt hat wie sau und da ist eigentlich nichts eigentlich das hat schon eine schwierigkeit so du dreck spinne so ok das sollte man so machen perfekt ist aber das ist man hier weiter und da ist endlich der scheiß boss ich kann das ja gar nicht machen das ist blöd oder ist etwas schwierig scheint mir schon zu sein oder ist der hat schon etwas geiler muss drauf also da ist kein billig rapper das ist big food der mösen stecher so warm weg mit der wir haben den schatz ja baby wir sind reich noch nicht es gibt noch ein level und zwar ihr wisst welches level es ist sowieso fast rein wir haben fast eine milliarde gemacht dadurch so die moon so geil so richtig geile musiker ich bin da sowieso richtig geile hammer musiker da so ich freue mich schon auf das sagt es zwei und acht jetzt bemastert was soll ich für den muster also das wird auf jeden fall noch kommen also dachte jetzt wie maß und hoffentlich mal jetzt auf jeden fall noch nicht holen kaufen natürlich mal schauen was daraus wird und da ist der privat was daraus wird meine freunde und zwar habe ich wollte ich es aber das ist natürlich schwierig mit der lage von uns welcher bereich hätte ich alles geholt sie kennen die frage aber wir sind halt nicht so reichen deswegen müsst ihr auch verstehen ich wollte auch wayne origin school das spiele die ich eigentlich richtig liebe also ich mache okay ich bin ein fan von dem spiel aber ich weiß ich kenne noch die spiele nicht geht es ja nicht weiter ich glaube hier gibt es noch was oder ja da ist eine rotze boah fuck you alter fuck you du bastard so ist das eine rotze du verfickten bitch muss man ist wieder von neu machen das mache ich mal kurz bis gleich wo endlich ist da nicht gar nicht mal so lange gedauert so meine freine ja ich habe mir jetzt ist meine süße gemacht ich bin verdammt schlecht ich weiß meine freunde da ist mir auch leid dass es so peinlich ist für mich ist es auch peinlich dass ich jetzt hier selbst benutze aber ich kann es sonst nicht machen so weil sonst gehe ich gehe ich ok moba meine freunde und das ist wieder was schlecht ist weil hier ist eine rotzstelle gewesen und das ist eine rotzstelle wo die ist so richtig unfair wo wisst ihr das wie unfair die scheiß stelle ist ich bin schon ein blowjob dass ich da schon weiter kommen ja okay ich würde schon eine milliarde euro welche tausend blowjob so meine freunde es geht weiter ich hab jetzt wie so leise wo ist das so scheiß stelle das ist so eine richtige scheiß stelle die kann man gar nicht schaffen das ist so eine rotzl stelle so da gehe ich jetzt erstmal durch durchrasen meine freunde da würde ich erstmal hin so da ist das eine rotzstelle boah geht doch eh was ist hier noch mehr solchen diggers ne da ist die da find dismo drugs remote control denn ihr kennt bläste wollen da muss man später wieder hin ok das muss man erst finden wer weiß wo das ist so perfekt meine freunde da geht es wieder endlich mal gehen wir wieder endlich nach oben weiter ich weiß nicht mehr wo das war ich war auch nie hier das muss ich zugeben so gibt es hier alles ich glaube hier geht es oben weiter oder geht es nicht oder da ist ein seil wieso ich habe jetzt nicht vorgesehen so bam da ist auch ein schatz da geht es hoch oder aber da gibt es nichts noch mal ein schatz boah verpiss dich jetzt endlich so es geht hier nach oben da wollen wir da oben hier da ist ein key inside the ufo we can't go on without it ok das heißt wir brauchen ein key nochmal das ist ein tricky level ein kompliziertes level eher gesagt so boah da wollen da geht es so ab hier oh das ist das ist ok was ist das jetzt it's a hidden treasure ok was ist das jetzt so boah meine ok da können wir wieder runter das war jetzt links lang waren wir links wir waren noch ok links waren wir schon wir waren so rechts waren wir noch nicht oder das brauchen wir jetzt nicht wirklich rechts gibt es nichts schade so war man so links waren wir auch nicht na gehen wir mal links und schauen mal hier nach also was ist hier eigentlich wie kommt man dorthin eigentlich ich glaube man braucht hier gibt es irgendeinen Weg wie man da hochkommt oder mein gott mein gott warte mal ich glaube ich weiß es schon so nochmal ja der kopf war gar nicht hoch ok da kommt da kann man gar nicht hin ok dann geht es links lang links waren wir noch nicht ich glaube schon waren wir schon eigentlich aber das ist eigentlich ein schwieriges level so da geht es nach oben auch wir gehen ganz nach links erstmal so bahn da ist ein schatz und dann gibt es noch nicht hier schätze aber die brauchen wir jetzt nicht wirklich so wie viel geld haben wir überhaupt wo der heidenfischer hat glaube ich viel gegeben oder wird es sehr viel gegeben what the fuck so da rechts war eigentlich nicht so viel war oh du scheiß meldungen ich mag keine meldungen ich mag keine meldungen so rechts waren wir ja schon ok dann heißt das wir müssen da hoch so jetzt erstmal links alter stirbt doch endlich da ist the key to the floor fuck wir könnten jetzt jederzeit wieder sterben aber wie soll ich da durch okay perfekt so ich brauche wieder leben eh so stirber ich mach den guck da gewettdance und du kannst nichts mal tun und da ist der so dann können wir auch zum ufo wo war das ufo eigentlich im ernst wo war das ufo ist durch und jetzt hier derzeit sterben maybe gibt das her de und wir armen ab wenn du bist fuck you noch mal bis gleich so meine freund ich mache hier lieber in 6 bevor ich wieder kapiere ich muss jeder alles von neu machen muss ich habe jetzt echt keinen bock mal wieder alles neu zu machen ich muss jetzt zweimal oder dreimal neu machen so kommt kann man dadurch jetzt oder ich glaube oh mein gott bin ich blöd das war gar nicht hier das war glaube ich das ganz zum schluss wusste es mir hier rein noch war oh mein gott umsonst hier gegangen wieder gestorben wie ging der weg dort hin keine ahnung ich glaube hier rechts oder ich habe keine lust mehr wieder noch mal jetzt machen deswegen spiel was kann ich links oder was war das jetzt das ist jetzt wird zwar los was ist das jetzt für eine scheiße das ist das für eine scheiße so place me backpipes naugies mutter kent blastert mal okay sehr gut jetzt kann man dorthin wieder wo ich will irgendeine süßigkeit boris hast du maschen dann sterbe ich war was süßes junge nicht was fettes was süßes das kennst du was süßes nee nee ich will was süßes haben meine freunde oh ja nicht das fette fichter das ist einfach nur fett so jetzt bin ich mal dort wo ich bin alter dreckspiel so mal schauen oder nee nee das kannst du noch nicht machen so ich schneide hier alles perfekte mal so das spiel leider so meine freundlich da kann dies mutter sitz blasen so da jetzt nämlich wieder runter wo meine güte ich brauche leben oh ja zwei vier hier und ich brauche noch ein leben hier kein volles leben in kuchen oder so da muss man das hier selber machen baby der beste verpiss dich ich will dich auch nicht mehr sehen so hier wird man nicht mal aufgepumpt kommt man nicht mal zu post ja doch bisschen rotzviech schaut euch mal dieses rotzviech an wie soll man das denn schaffen du bist ein trotzviech du bist ein dreckiges viecher hey wie besiegt man den keine ahnung meine freunde ich habe überhaupt keine ahnung wie man den besiegt so scheint mir jetzt etwas rotzhaft zu sein das war der schlechteste versuch aller zeiten es war richtig schlecht versucht zu geben und das war auch schlecht so meine freunde meine güte boah wie scheiße bin ich jetzt geworden alter ich will das spiel jetzt durchspielen komm schon boah ducktails du bist doch ein sonderbares spiel hier boah ist das ein tolles spiel ne das ist echt ein tolles spiel boah jetzt geht er durch nö nö das kannst du doch nicht machen boah jetzt mach doch endlich keine scheiße das ist das ist doch nicht so schwierig meine güte wo meine füße frieren das interessiert euch vielleicht nicht so boah meine güte das ist doch nicht so wahnsinnig das ist doch nicht zu glauben was ist das für eine rotze ich hätte noch ein leben oder war es nicht so warte mal das war glaube ich nicht so oder so alter jetzt komm das ist so eine rotze das ist so eine rotze man das ist so eine scheiß stelle was soll ich da machen was soll ich da machen meine freunde was soll ich da machen das ist die rotz stelle weil die seine kann ich mal so schwierig davon zu blöd so macht das spring ist sie kaputt ich brauche hier die leben hier so ja baby noch zwei leben voll leben machen der boss ist nicht ist nicht ohne der poste geht ab der geht ab wie zäpfchen der geht ab meine freunde dann habe ich jetzt mal in die fresse geboxt oder boah geht doch eh so der boss ist doch gar nicht mal so schwierig boah das haut rein du boah ich weiß auch nicht was das für ein Viech ist so babe aber jetzt alle Schätze so so jetzt haben wir alle Schätze wir haben ein bisschen reich geworden wir sind natürlich reich all and clear was passiert jetzt noch ein geimes level oder so das weiß ich nämlich nicht aha if you want to get packed the trashers come to the regular dark menu geht so so auch es ist Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein Scheiß-Boss. Das muss man jetzt zugeben. Was ist das für ein Scheiß-Boss, Alter? Ich hab keine Ahnung, was man da machen muss. Hä? Boah, keine Ahnung. Irgendwas mit den Fledermäusen-Macher. Wenn ich nicht so blöd bin, Alter, das ist ein Scheiß-Boss. Das muss man so zugeben. Jawohl. Ein Leben wenigstens habe ich ihn abgezogen, Alter, der Tricks-Boss. Keine Ahnung, wie ich den abgezogen habe, hier. Boah, Dracula Duck, oder was du bist, du Viecher, Alter, du dreckiger Wichser. Du bist ein Pisser, Alter, du bist ein Spastier. Komm jetzt, du Spastier. Boah, ich hasse dich, Mann, du Drecksviech. Komm jetzt, Alter, stirb, du Pisser. Oh, der hat drei Leben. Noch drei Leben, aber der hat noch zwei Leben, glaube ich. Perfekt, noch ein Leben. Und ich hab auch nur noch ein Leben. Nämlich, das ist, das ist ein spannender Fight. Boah, hab ich ihn besiegt. You may have beaten Dracula Duck, but not me. If you want the treasures back, you will have to catch me. So, dich hol ich natürlich, du Schlambe. So. War schneller als du. So, jetzt gibt mir meine Schätze zurück. Und ich bin reich, meine Freunde. Ich bin richtig reich. Ja, da freut er sich, der Dargebert. Was los? Truck Press. Scrooge remains the richest duck in the world. Dary Explorers, Scrooge makes duck. Has found the five legendary treasures. Hooray, Uncle Scrooge, we are glad you found the treasures, but don't forget we have to help, too. Right, lads. I couldn't have done it without you. I really am the richest duck in the world. The end, yeah, baby. Baby, we sind reich. Oh, yeah, only believing. Only better steam. Ich gebe dir... Und duck taste be mustard, gibt's da auch noch auf dem... So, ciao, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und so weiter. Und tschüss.